Ich bin Christa Ender, bin seit 27 Jahren in der Hilkona, eingesessene Hilkonianerin, nenne ich mich immer. Ja, und jeder kennt mich und ich arbeite wahnsinnig gern, weil ich mit vielen Menschen zu tun habe. Ich kenne jede Abteilung und durch das natürlich auch viele Mitarbeiter. Und meinen Job macht mir einfach Spaß. Wenn man mich braucht, bin ich für jeden da, möchte ich auch für jeden da sein und so stelle ich sie, unterstütze, helfe, wo immer ich gebraucht werde, gehe ich auch hin und versuche mein Bestes zu gehen. Angefangen habe ich bei der Hilkona vor 27 Jahren in der Konfektionierung. Ich habe also da Verpackungen gemacht, also wir haben Beutel eingepackt. Ich kenne also die Geschichte mit Schichtarbeit, Frühschicht, Nachmittagsschicht, Nachtschicht. Das kommt mir zugute bei meiner jetzigen Arbeit, weil ich weiß, wie sich die Mitarbeiter fühlen, weil ich weiß, wie das ist, wenn man müde ist von der Arbeit. Und es kommt noch einmal ein Tag und am Samstag muss auch noch gearbeitet werden. Und wenn die Mitarbeiter mir ihre Geschichten erzählen, dann sage ich nicht nur, ah ja, kann ich verstehen, sondern ich verstand sie wirklich. Und was mir aber gefällt ist, dass wir in der Firma trotzdem Familie geblieben sind. Vielen Dank. Vielen Dank.